Musik Am Anfang muss man das Tier töten. Hauptsächlich geht es darum, dass du das Fleisch verarbeitest. Vor einer Fleischthecke einrichten. Vom Läppchen-Tier. Zum Wert gedruckt im Laden. Sechse Wurst und Schinken. Über das Ausbeindeln. Wir können auch Wurste. Verhalten Plätzchen. Grossverkauf. Abhacken. Angrausen. In meiner Berufung mache ich Chinoise. Charbonnade. Plats für Barbecue etc. Man hat einfach Spass. Du siehst schon am Ende vom Tag, wo vom halben Tier noch in die Wald steigt. Und du kannst die Wald essen. Das Beste an meinem Beruf ist natürlich die Abwechslung. Es tut etwas grösser, etwas dicker und kleiner. Wir machen etwas schönes und schönes. Du hast auch andere Kunden bei mir im Laden zum Beispiel. Und die Kunden kommen zu essen, was wir vorbereiten. Das ist manchmal das höchste Amüsante. Manchmal musst du wirklich mal lernen, deine Nerven zu behalten. Das ist das Beste daran. Sehr intensiv, interessant und kreativ. Das ist das Beste. Und der Kiste an. Das ist das Beste. Das ist das Beste.